Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Ja, wir sollen Natti noch beim Schloss Fiberdorn treffen und wir gucken aber mal, ob wir hier in der Region gerade noch was zu tun haben. So, hier gibt es noch ein kleines Banditenlager, das haben wir noch nicht entdeckt und hier gibt es noch ein Astronomie Altar, das haben wir jetzt hier freigeschaltet in der letzten Folge. Ja, da können wir ein bisschen die Sterne beobachten. Ja, Lumos wollen wir nicht, da machen wir nur noch mehr aufmerksam auf uns. Wir wollen stattdessen ein bisschen schleichen und gucken uns hier den Kampf vielleicht gleich mal an. Schon mal ausgeschaltet. Mal sehen, ob wir an den hier auch noch rankommen. Und der steht hier auch so ein bisschen abseits. Dann können wir schon mal plündern. Wir müssen die ja auch gar nicht ausschalten. Wir können auch so versuchen, die Kiste zu plündern. Dann haben wir den Bereich hier auch abgedeckt. Aber ich meine, warum die Erfahrungspunkte nicht mitnehmen hier? So, ist hier unten alles erledigt? Irgendeiner muss ja überlebt haben. Ah, die Zentaurin. Die waren hier unterwegs und haben die schwarzen Magier angegriffen. Philipp Mann vermehrt immer wieder die Zentaurin momentan. So, Astronomie Altar holen wir uns dann auch noch. Der ist hier vorne. Oh, hier ist ja noch eine. Das muss man sehen. Aha. Okay, jetzt spielt die Steuerung wieder ein bisschen verrückt hier. So, auch hier gehen wir da noch mal kurz rein. Sehr viele Gegner. Da weiß ich nicht, ob wir das alles so schaffen. Wir versuchen es natürlich. Schön, wie sie alle mit dem Rücken zu uns stehen. Wie für uns gemacht. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Ah, guck mal, der hat uns auch fast entdeckt. So, ich würde den hier erstmal ausschalten. Damit er uns nicht in den Rücken fallen kann. Und da drin sind noch Spinnen. Okay, die hatten wir dann noch gesehen als Gegner auf der Minimap. Komm ruhig runter. Guck mal, was hier los ist. Okay, er rennt wieder weg. Entweder füttert man das Tier wieder. Ruhe. Okay, ich glaube, das war es erstmal. Und die Schatzkiste haben wir auch schon geplündert. Wir wollen aber auch das Tierchen hier noch befreien. So, raus mit dir. Ab in die Freiheit. Oder holen wir uns den. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen zu spät. Ja, jetzt ist er aus der Sichtweite. Ich glaube, das war es dann. Okay, schauen wir uns hier noch um. Hier gibt es ja auch noch ein paar Spinnen. Wunderbar. Dann können wir die Truhe nämlich auch noch plündern. Hier ein bisschen alte Magie. Alte Magieanzeige ist auch wieder komplett voll. Das ist schön. Da hinten sehe ich noch eine Truhe. Ach guck mal, hier ist auch noch einer gefangen. Wollen wir den auch noch befreien? Ein Knuddelmuff. Na komm, geh raus. Okay, du willst anscheinend nicht befreit werden. Upsala. So rum. Okay, noch höher. Hallo. Achso, können nur nachts benutzt werden. Ja klar. Macht Sinn. Dann warten wir kurz bis nachts. Ist ja auch nicht schlimm. Schlafen müssen wir ja nicht. So. Ja, gucken wir mal. Okay, so. Ja, müssen wir nur noch ein bisschen weiter raus. Da ist er. Ein Drache. Und wir erhalten wieder einen Talentpunkt. Gut. Wir können mal schauen, was für Talentpunkte wir jetzt hier noch haben. Haben wir schon lange nicht mehr reingeschaut. Sieben Talentpunkte haben wir noch. Da können wir fast alles sogar auswählen. Dunkle Künste haben wir noch gar nicht. Kommt aber hoffentlich noch. Flipendo hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner leiden erhöhten Schaden. Stupor. Ja, das nutzen wir ja leider so gut wie gar nicht. Arrest Momentum hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Nutzen wir eigentlich so auch nicht. Und den Rest können wir noch nicht so wirklich freischalten. Können wir auch mal hier in die Zaubersprüche schauen. Deposo löst eine zusätzliche starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Das können wir auf jeden Fall mal nehmen. Deposo machen wir doch hier und da mal. Defindo machen wir eigentlich auch hier und da mal. Schneiden durch betroffene Gegner um zusätzliche Ziele zu treffen. Ja, nehmen wir mal mit. Descendo, das nutzen wir eigentlich nicht. So, Bombarde haben wir noch nicht. Und Treffer mit dem Verwandlungshaber verwandten Gegner in explosive Objekte. Haben wir auch noch nicht. Haupttalente, da könnten wir noch mal reinschauen. Halte Ausweichen gedrückt um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Ja, könnte man auswählen. Stupor und Protego nutzen wir so ziemlich nicht. Deswegen würde ich die erstmal nicht nehmen. Ein perfekt abgestimmter Protego Zauber auch da. Stupor Treffer verursachen direkten Schaden. Den können wir noch mal mitnehmen. Ach, verdammt. Ne, nutzen wir ja auch nicht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Schade, da haben wir einen Punkt verschenkt. Ja, Halte Ausweichen gedrückt. Machen wir das, machen wir das nicht. Wir nehmen den mal mit. Warum nicht? So, Schleichen haben wir schon alles ausgewählt. Raum der Wünsche. Der Edorus-Trank macht die Unverwohnbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Die Wirkung des Unsichtbarkeitstranks hält länger an. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Das nehmen wir mal mit. Das ist glaube ich gar nicht verkehrt. Der Schaden und die Dauer des Kampfunfähigkeitseffekts von Allraunen sind erhöht. Der Maxima-Trank verleiht Angriffen zusätzlich erhöhten Schaden und die Fähigkeit Schutzzauber zu durchbrechen. Ja, Tränke nutzen wir eigentlich kaum. Angriffe der Venimosa-Tentacular verursachen zusätzlichen Schaden und können Schutz durchbrechen. Das nehmen wir mal mit und ich glaube das nehmen wir auch nochmal mit. Pflanzen nutzen wir hier und da vielleicht mal in den Kämpfen. Deswegen können wir das mal mitnehmen. Okay, da haben wir dann auch schon wieder alle Talentpunkte hier aufgebraucht. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Bisschen nichts, zumindest wird nichts angezeigt. Die Hürde des Flüchtigen. Vielleicht können wir uns da mal jetzt umschauen. Stufe 30 wird vorausgesetzt. Wir sind Stufe 31 glaube ich. Vielleicht haben wir dann doch ein bisschen leichtere Spiele. Müssen wir mal schauen. Was uns dort so erwartet. Offenbar haben wir einen Arm. Hey, stehen bleiben! Nein! So, wie kommen wir da runter? Hier sieht es danach aus. Was geht da schon gut los, ja? Was geht da schon gut los, ja? Können wir ja nutzen. Da fliegen nämlich schon wieder solche Dinger rum. Und dann haben wir die Spinnen nämlich auch ausgeschaltet. Sehr schön. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Gucken wir mal. Da sind schon wieder so Spinneneier. Boah, die sind doch ziemlich stark für die Gegner. Was, wo ist hier noch ein Gegner? Da. Ist schon wieder so ein Materialchen. Dann lohnt sich das auf jeden Fall die alte Magie mal zu nutzen. Ich glaube Feuer hilft immer auch ganz gut gegen die. Nutzen wir den auch mal hier und da. So, weg mit euch. Da. Ne, kommt doch keine. Sieht nur so aus. Das waren die drei. Ich weiß nicht wo die anderen Gegner sind. Die scheinen ein bisschen oberhalb zu sein vielleicht. Gehen wir mal erstmal hier lang. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Akromantula? Okay. Eine riesen Spinne. Kleiner Boss Gegner. Vergrabe den Kopf einer Akromantula im Boden. Ja, wie soll ich das denn machen? 35. Macht ja guten Schaden. Aber wie auch. ok ich dachte schon wie wir tot noch mal alte magien nutzen und dann haben wir noch gleich jetzt muss ich das erste ja das war mal ein krasser gegner also mal gut dass wir hier die alte magie anzeige hatten die zauber sind doch recht mächtig und mit denen war das jetzt nicht so das problem ich glaube wir den kampf mit ganz normalen zaubern bestehen müssen dann hätten wir ziemlich alt ausgesehen so wir sollen noch ein bisschen rumsuchen ich glaube hier geht es dann wieder raus trotzdem hier mal bis zu den eiern gehen da oben sind noch zwei tun oder sowas so dass man die beiden spieler dann können wir die tun noch plündern die beiden ja schön dass wir uns noch mal umgeschaut haben und ich glaube da geht es dann in die richtung wo wir her kamen ok ich würde hier noch mal rein gehen tatsächlich hier wird nämlich auch der bereich angezeigt finde das erbstück das meide ja vielleicht hier ich muss mich da ist die tasche ok cool das hätten wir erledigt jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen ja den weg mal gehen ja mega powertränke haben wir gerade ein bisschen mangel sieben stück haben wir nur noch 25 kaputt kann man haben da waren wir oft am limit aber mittlerweile sieht das ganze schon wieder anders aus ok ich glaube wir sind draußen und dann wollen wir ihm mal seine taschenuhr zurückbringen ja das war mal ein richtig großer gegner auch herausfordernd fand ich jetzt herausfordernder als die anderen besonderen gegner die wir bisher so hatten mal sehen ob wir hier rüber kommen ja das sieht gut aus müssen wir doch ein bisschen weiter fliegen oh da ist Hogsmeade da müssen wir einmal außen rum ach was machen wir denn wir können auch die schnellreise nutzen da müssen wir hier nicht sinnlos umher fliegen das ist ein ort wie aus den märchen tja so Edgar da sind wir wir sehen gar nicht so schlimm aus haben sie die höhle des flüchtigen dann also doch nicht betreten na doch wir waren drin Mr. Ettli ich habe die taschenuhr die Milo bei sich trug bei Merlins Bart wie haben sie ich will es gar nicht wissen eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken ich danke ihnen vielen dank ja er ist eine Belohnung das war gar nicht so einfach zu bekommen habe ich mir keine Belohnung verdient ich natürlich bezahle ich sie gerne aber ich habe nicht viel ich versprach für alles aufzukommen was Milo's Tochter braucht um eines Tages nach Hogwarts zu gehen ja okay dann eben nicht dann geht das in Ordnung hier ist das Erbstück wir wollen mal nicht so sein danke ich weiß dass Milo's Tochter sich über sie freuen wird was verkaufen sie hier ja dann verkaufen wir mal direkt unsere Sachen noch mein so kann man mit Frieden ruhen seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas das sie an ihn erinnert ich fülle immer gerne meine Vorräte auf war mir ein Vergnügen da ist doch schön ja wir müssen ein bisschen Sachen loswerden das Inventar war doch schon ziemlich voll und das sind alles Sachen die brauchen wir nicht sind ein bisschen schlechter als unsere zumindest von den Werten her die Eigenschaften die können wir selber ja noch mal austauschen je nachdem so flüchtige Begegnung abgeschlossen sehr schön gut Leute dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn ihr mögt ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet lasst doch gerne ein Like oder Kommentar da wenn euch die Folge gefallen hat da würde ich mich auch sehr drüber freuen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal